So, wir machen weiter bei Inferi Mario. Das letzte Mal haben wir den Wasserlevel von Jan weitergespielt, was wir schon seit ein paar Parts machen und jetzt spielen wir den Wasserlevel von Jan weiter. Äh, nee, wir haben uns, äh, ein bisschen geholfen, indem wir uns einen P-Switch gesetzt haben und so weiter. Ist es jetzt eigentlich richtig, dass ich hier alles... Ja, ich muss alles vernehmen, es geht gar nicht anders. Ja. Okay. So, und ich durfte mich das letzte Mal nicht mit Yoshi umgucken, dann gucke ich mich jetzt halt nur mit Mario um. Da komme ich aber genau an dieselben Stellen, du Knallpfosten. Ja, ich weiß aber, damit du mit dem Knallpfosten... So, das hätte ich mich ja trotzdem umgucken können. Wie passiert denn nix? Ah. Ach Jan, das habe ich auch. Das ist ja doof. Schreibt ihr in Skype, welche Wörter ihr habt, oder was? Nee, aber Jan hat gerade geschrieben, welches, und das habe ich mir auch rausgedacht gehabt. Aber auch nur, weil du weißt, was jetzt kommt, ne? Ja, eben. Na, haben wir halt parallel. Mal abgesehen davon, dass das gar keiner ist, ne? Ich sehe schon, ich muss jetzt wieder mit so einer Schelche den ganzen blöden Quatsch machen. Stimmt. Ach, du weißt überhaupt gar nicht, was du da machen musst. Das ist alles falsch, was du denkst. Ja, ja, ist schon klar. Es ist nicht so, wie du denkst. Nicht so, alles ist ja auber. Wenn du denkst, das, was ich denke, was du denkst, denn das Denken der Gedanken... Du kannst die Schellen nicht zurück, das geht auf jeden Fall nicht. Nein, das geht nicht. Ah, das geht ja schon. Ja, gut, das geht doch hoch. Ja, ja, das geht schon, ja, aber mit Slow-Mo dann nur. Du kannst die Schellen doch einfach hochwerfen, du Held. Oh, wo? Boah, da ist ein Notenblock, wer denn da dahingesetzt? Das Level geht nicht. Ah, okay. Ach, nur auf einer Seite. Das heißt, das ist wieder die Stelle, auf der ich die Schellen aktivieren muss. Ich verstehe schon. Dann geht's hier zurück. Hier kann ich nicht mit der Shell durch. Die kann ich da nur hochschmeißen. Und dann wirft er sich da durch. Okay. Und dann aktiviert er die Shell und dann kann ich die Shell hier nehmen. Ach ja, da kam ja ein Korb... Wall Jump. Und mit der Shell... Kann ich hier zwar nicht rein, aber... Hallöchen, du bist kein Yoshi. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab deine Tarnung erkannt, Kollege. Hör auf, durch die Blöcke zu gehen. Was ist das denn? Es ist ein Glitch, Conan. Das ist ein Rippern-Fischviech-Arsch. Ach, okay. Entschuldigung, er schläft und wenn ich hinkomme, geht er voll ab wie ein Schnitzel. Ach, Moment, wir sollten übrigens On-Off-Switch-Blöcke... On-Off-Switches haben, die wie Items-Verstör-Blöcke acten, wenn die On sind. Das funktioniert nicht. Doch, klar muss. Das funktioniert, aber das ist schwarz. Wow, warum ist er hier zu verstanden? Nein, 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 weil der Rippern-Fisch geht doch durch die On-Off-Blöcke durch teilweise. Ja, ich dachte, das wäre sogar... Na gut, ich dachte, das wäre sogar... Ne, an der Stelle nicht. Hab ich auch gedacht. Ne, ne, an der Stelle nicht, da muss er ja... Also solche Blöcke brauchen wir auf jeden Fall. Ach, hier ist es schon nicht, ey. Das ist so krank, dieser Teil, ne, Jan? Das, äh, das Blöde ist, das funktioniert nicht, weil der Block dann immer... Du müsstest quasi... Na doch, du könntest einschätzen, das halt nur, nur wenn du auf On bist. Einen, der so ist... Nein, 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 einen, der... Hier komm ich nicht mehr. ...aufs... Der, also den, der jetzt im Moment da ist... Und halt... Ist doch völlig irrelevant. Conan hat doch gerade schon die Lösung des ganzen Levels hier zusammengetragen. Wir können jetzt eigentlich gehen. Genau, Conan hat den Level quasi schon geschafft. Ich geh in die Schwäche. Boah, wollte die Sonne nicht langsam kommen? Wir haben jetzt genau eine Stunde, nachdem sie es geschrieben hat. Lass mich gerade, da ist eine Coinsnake drin. Will das... Nein. Conan, da ist doch keine Coinsnake drin, dann wäre doch viel zu lahm. Ist das eine Münze drin, okay. Ist das ein Star 2? Nein, 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 das ist einfach nur eine Münze. Okay, das mach ich irgendwie immer gerne. Immer so schön unscheinbar. Aha, und hier komm ich nicht durch. Boah, ich wusste gar nicht, dass man sich das so weit angucken kann. Stimmt, das hab ich gar nicht bedacht, aber ist okay, ist gut. Hey, wieso kommst du da nicht durch, Conan? Weil da zwei Fische sind. Weil wir noch ein Bild haben, noch eine Shell. Ja, wenn wir eine Shell als Wort genommen haben, wäre das ziemlich lame, übrigens. Hey, nein, aber wieso kommst du da nicht durch? Ich verstehe es nicht. Weil da zwei Fische sind und dann haben wir uns oben über den... Hast du Sterben als Wort genommen? Was? Nein. Nein, okay. Wir haben es auch aufzureden. Ich habe es gerade einfach nicht. Du solltest vielleicht... Seid so doof, ey. Jan, ich wollte dir gerade selber helfen. Ach so, oh, entschuldige. Und du hast es versaut. Ja, das stimmt. Schon lange. Also alles, was ich will, ist da hinten eine Shell haben. Ach so, ich weiß, worauf du hinausgehend hast. Was blockiert dich denn da, Conan? Ja, Tiere. Was ist denn... Jan, du bist doof. Er hätte das nicht gecheckt gehabt sonst. Was ist denn... Aber ich habe doch schon das Wort Fisch gesagt, übrigens. Danke. Was für ein Fisch? Was hat denn Fisch mit dem Wort zu tun? Ähm... Ich habe, äh... See-Igel. Der Segel blockiert mich ja gar nicht. Na, wenn du wüsstest, ich habe die See-Igel zu Fischen umgezeichnet. Aber das Wort der Ripp von Fisch habe ich vorhin ja schon gesagt und da wäre ja Fisch drin. Oh, danke, Conan. Noch zwei. Bitte, gerne. Ich kann doch gerne noch öfter Fisch sagen. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Nämlich, äh, ich muss gerade mal ehrlich gestehen, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf das Level. Wollen wir vielleicht einfach den Raum überspringen? Glück hast du das nie. Ich muss jetzt erstmal begreifen, ich hab urplötzlich so eine Laune darauf. Ich meine, ich verstehe schon, ich kann die Shell dann hier runterhauen und dann geht die hier durch. Nein, das geht halt im Zerstörblöcke. Och, bist du eigentlich dumm. Hier unten durch meine ich doch, du Flanke. Och, Conor, das geht überhaupt nicht. Boah, das ist ekelhaft. Probier es mal aus, Conor, probier es ruhig mal aus. Ich möchte, dass das jetzt ausfällt. Aber das Problem ist ja, die geht ja hier gar nicht hier rein. Ich hatte... Och, Gott. Ich musste eben Yoshi mitnehmen, die Shell. Wenn ich einem Yoshi eine Shell mitnehme, haut's hin. So. Und ich habe ja Yoshi da drüben irgendwo... Hier unten ist auch eine Shell. Könnt ihr mir kurz erklären, warum er eine Shell haben will? Wegen der Fische da oder was? Weil er dumm ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie du darauf... Wenn ich da hinten eine Shell habe, dann kann ich die hochwerfen und dann kill ich die Fische. So. Einfach nur, weil... Nein, komm, das ist die... Die Splat... Die Splat-Moyancé oder wie du schaffst. Ist aktiv. Jetzt weiß ich es nur noch. Plural zählt aber nicht doppelt, oder? Conor, kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Weswegen möchtest du eine Shell haben? Ich hatte... Boah. Kann ich nicht. Ich bin nicht so doof. Welches Wort hat Dani denn? Ich weiß es nicht. Ich habe die Shell-Tankstelle. Keine Angst. Ey. Was? Was? Okay, dann könntest du jetzt bitte mal bitte zehnmal in die Shell-Tankstelle nehmen. Dani hat wahrscheinlich einfach nur Shell, oder? Ich dachte nur bei den ganzen drei Zerstörblöcken, die wie Shells aussehen, da wird er doch sicherlich über Tankstellen reden. Was? Ich glaube, Dani wollte nur nicht den restlichen Zweidrittel... Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum Conor eine Inferi-Pause haben will. Es wird mir... Weil sie doch Inferien... Und die... ich weiß auch nicht. Hups. Hups. Boah, Sonne. Komm mal. Ja, Sonne. Ich will ihm da rücken. Tja. Jetzt, das Niveau ist schon gesunken, aber gut. Ich finde, wir sollten ein bisschen über Klassenkampf und Karl Marx reden. Komm, geh da mal rein. Danke. Komm mal mit. Haut das hin? Ich bin gespannt. Friss. Zurück. Shell wieder da? Nee. Hä? Das ist dann der Kleine, den ich essen muss. Die Shell verschwindet wirklich. Schade. 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 Aber Leute, ich muss mal sagen, ich finde es richtig... Äh... Total schon überraschend, dass wir so früh schon angefangen haben aufzunehmen. Das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft bei Inferi. Nie vor 22 Uhr oder so. Ich finde es sehr lustig, wie Conor gerade etwas versucht, was er sowieso noch machen will, aber es schon lange verkackt hat. Du hast es verkackt. Schon lange. Ich will nur ein großes Yoshi haben, das ist alles. Ja, mach du ruhig mal, ist alles gut. Das haut ja so auch noch nicht hin. Dann dauert es länger, ist alles gut. Meinst du, du könntest irgendwas fressen, um ein großes Yoshi zu bekommen? Ein Fisch vielleicht. Natürlich könnte ich was fressen dafür. Aber ich will halt nicht den umständlichen Weg da gehen und mir lauter einzelnes Zeug hierher holen müssen. Was für ein Zeug denn? Kannst du das mit denen genauer... Alter! Was bist du für ein krasser Untermensch? Das ist Deo! Mann! Mit Deo! Kein Scheiß-Parfüm! Zu dem Rest will ich gar nichts sagen. Du bist einfach so extrem behindert. Unglaublich! Bitte sag mir, dass du diese Scheiße nicht ernst meinst. Du denkst dir einfach irgendeine Scheiße aus, während du das Video drehst. Und denkst du, du hättest Ahnung von... Ne, und denkst du, du hättest Ahnung von Leben. Jedes deiner Videos ist einfach Abfall. Hör mit dieser Sche... Hör auf mit dieser Scheiße. Fang an zu leben und nicht nur übers Leben zu fantasieren. Ich wette, du hattest noch nie ein Date. Bist auch so eine einsame, fette Wurst, die Bestätigung im Internet sucht und den Sarkasmus hinter den Kommentaren zu deinem Video nicht versteht. Steht das unter einem meiner Inferi-Mario-Videos? Wenn wir den Kommentaren ganz gut bei der Sache... Ja, aber solche Leute kann ich absolut nicht leiden. Ich hab bei dem Wort Untermensch schon abgeschalten. Das sind vor allem Leute, die schreiben, du hast kein Leben und drücken sich dann selber so absolut asozial aus. Das steht unter dem Creeper-Darkos-Video für meine Tipps für ein schönes Date, Jungs und Mädels. Der hat einen Tipp für Dates gegeben. Ja. Jetzt hier, der Anschluss zu Karl Marx, der hat mal gesagt, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Also? Wie krieg ich das jetzt gebraked hier? Ich krieg's nicht gebraked. Oh, jetzt würde ich genießen. Jungs in den Kommentaren, warmes Bier ist eklig. Oh, Kinder, so langsam merke ich das. Ich auch. Also warm ist das nicht. Denn ich komme da nicht zurück. Ich höre nur den Geschmack. Schade, ich hätte hier gerne was versucht. Ja, du kannst gerne das Yoshi groß machen. Los, viel Spaß. Ja, das krieg ich ja nicht hin, das ist das Problem. Stell dir einfach vor, Conan, du hast eine F-Tonart, er setzt da noch ein Kreuz vor und hängst da ein CH dran. Was? Hä? Er kann, um das Yoshi hier groß zu machen, ist leider unmöglich. Komm halt hier nicht zurück, das ist echt blöd. Und wenn ich's hinkriegen würde, dass ich hier sozusagen immer wieder den kleinen Koopa aus dem großen raushauen könnte, dann könnte ich den immer wieder neu essen. Aber dafür müsste ich mit Yoshi hier hin und her skippen. Und dafür müsste ich mindestens einmal immer ohne irgendein Item über diese Muncher kommen. Und das krieg ich nicht hin. Machen wir ein bisschen Musiktheorie. Conan, was ist die Moll-Parallele zu Fistur? Ja, Conan, da musst du wohl zurückspulen und das Level richtig spielen. Naja, was ein Zurückspulen muss ich nicht, ich hab ja noch nichts gemacht. Conan, tu doch jetzt bitte mir, Jan, und Felix, den Geball. Ja, doch, hier ist es ehrlich gesagt schon verkackt. Ah, das ist Moll, richtig. Wieso, ich hab doch gar nichts gemacht. Doch, du hast es hier schon verkackt. Oh, scheiße, Alter, ich spür das jetzt schon. Conan, Conan, Conan. Was hab ich an der Städte denn verkackt, bitte? Jan, Freitag wird böse. Ja, das wird sehr böse. Du hast, äh, du hast den kleinen Yoshi wahrscheinlich gelöscht. Ähm, nein, nein. Nein, du bräuchtest erst mal die rote Schelle. Die kriegst du jetzt, glaub ich, nicht mehr. Wieso, ich komm doch hier hoch, ist doch alles, nach überhaupt nichts passiert. Ja, okay, dann machen wir. Aber dir fehlt doch noch was. Du solltest dir nur einen Aufswitch drücken. Aber du hast es doch tatsächlich, er hat es doch wirklich noch nicht verkackt zu dem Zeit. Ja, stimmt, ich wollte eigentlich nur, dass er zurückspult. Du kannst jetzt, nach der Erkenntnis, die dir erst mal gezeigt hat, wie leicht das ja alles ist, kannst du jetzt das nächste Rätsel lösen, und zwar das von mir eben schon angesprochene. Du hast eine F-Tonart, also ein F, hängst da noch ein Kreuz vor und hängst dann an dieses Wort, was daraus entsteht, noch CH ran. Könnt ihr mal kurz die Aufnahme pausieren? Ich möchte hier bitte nichts verpassen. Ich muss mir nämlich mal eben das Näschen pudern. Scheiße. Was soll denn ein F-Tonart sein? Warte, wie ging denn das jetzt wieder hier? Ah nein, im Moment, das muss ich anders machen. Den muss ich da drüben, ich knallpfotze. Du knallpfotze, ey. Du knallpfotze? Oh. Halt, mein Wort. Was war das? Knallpfotze. So, Leute. An die Konfi macht mal einen schönen Remix daraus, wie Conan irgendeinen Scheiß sagt und schnell das so zusammen, als ob er irgendwie so einen Pornotitel vorliest. Das war das falsche Wort, was ich sagen wollte. Ich bin eigentlich kaputt, du knallpfotze. Das wollte ich nicht sagen. Mann. Von wegen, nimm mich, nimm mich, nimm mich, du knallpfotze, oder so. Oh Gott, wie viel da rauskommt. Oh Mann. Moment, meint ihr, meint ihr sowas wie das hier? Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Ja, die sind eigentlich ganz geil, aber die kosten... Fick dich! Du Riederhaumensorg. Wir haben den Skate-Player nicht eingerichtet, Felix. Nein! Nein. Ich bin raum, klug, ich bin raum, klug, ich bin raum, klug, ich bin raum, klug, ich bin raum. Klug, ich bin raum, 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 klug, ich bin Das ist schon eigentlich ganz geil, aber die kosten... FICK DICH! Boah, du behinderter Huren. Ah ne, du musst doch Hallo sagen. Sondern komm mal in den Anruf rein, dann ist das ein bisschen witziger. Wenn man euch 10 Sekunden nicht zuhört und dann auf einmal Fick Dich Hurensohn hört, das ist sonderbar. Das ist schön, ne? So, ich bin jetzt mal bei wirklich mein Näschenpudern. Bis gleich, meine Jungs und Mädels und Zuschauer. Bitte spielt das Con & Trink Spiel mit. Kokain ist schlecht. Sehr schlecht. Warum machst du das so, Conno? Du kannst die Schelle einfach hochwerfen, oder nicht? Ja, aber so habe ich es auch gemacht. Das ist eigentlich an sich ganz einfach. Nein! Schön. Das ist übrigens auch immer passiert. Saugschiff. Atemlos durch die Nacht. Oh, schrecklich. Keiner stimmet ein, das ist traurig. Jetzt krieg ich DMC drauf. Ey, DMC, was? DMC, Conno. DxM. DxM. Hast du eine eigene Agerkröten Farm bei dir zu Hause? Natürlich. Weil du gerade von DMC redest, ich weiß nicht. Oder hast du DMC gesagt? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Ich wollte was anderes sagen, aber ist wurscht. Ich hab DxM verstanden. Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt als DMT-Taker geoutet hätte. Was ist denn DMC? Nee. Nichts. So, hoch mit dir. Und jetzt komm aber richtig rum raus. Wenn du jetzt da falsch rum raus kommst, dann komm ich da hoch. Irgendwann durch die Notenglocke. Kannst du vielleicht nochmal Fisch sagen, so sparen wir uns das halbe? Fisch. Oh, danke. Du hast das übrigens immer noch nicht... Warum hast du das nicht verstanden, Felix? Das schöne Fisch-Rätsel. Das schöne Fisch-Rätsel? Wie ein Niau. Und dann das mit dem F-Kreuz. Natürlich! Ach Gott, okay. Er kommt immer in die Richtung raus, auf der Seite du von der Shell bist, Conan. Dani, du hast aber gesagt, ein F mit einem Kreuz vor ein normales F und dann erst CH. Das wäre Fiss-Frr gewesen. Ich hab gesagt, ein F mit einem Kreuz vor und dann CH. Fisse-Frisse-Frisse-Frisse-Frisse-Frisse. Was denn Quatsch. Wie oft mit Fisch gesagt? Ja, auf drei Mal schon. Na, so haut das aber jetzt auch erst recht nicht hin. Ja doch. Du kannst ihn doch einfach... Du musst nur auf die rechte Seite vom Fisch schwimmen. Ja, das ist wirklich nicht so schwierig. Das ist noch eine der einfachsten Stellen. Ja, aber wenn der da drüben ist, dann... Ja, bevor sich den in die Wand reinglitscht, mach ich es doch so. Lieber so. Das ist wirklich auch eine der einfachsten Stellen. Du Nutte! Hast du eigentlich deinen Briefkasten schon mal geleert, Colin? So. Okay. Ich schaue da jeden Tag rein, übrigens. Aber was mache ich jetzt mit der Shell hier? Dann muss ich mich mal beschweren. Ja, guck mal. Guck mal links. Also schwimm mal ein bisschen nach links. Fahr mal zur Tankstelle. Schwimm mal nach links und guck dir mal diese Felsformation an. Ist das nicht irgendwie komisch? Ich meine, ich baue nie solche Enkel rein. Ja, ich kann die Shell hier durchschicken, aber was... Nein, nicht die Shell. Boah, ihr hättet Shell nehmen sollen, Kinder. Das hast du in den Super Puzzle World mal gemacht. Aus Versehen, aber an der falschen Stelle. Ich hab keine Lust mehr. Was willst du von mir? Ach, Dani. Ich hab grad akribisch nach einem Video gesucht, in dem Conan Fisch sagt, damit ich das da rausschneiden kann und das die ganze Zeit abspielen kann. Ich darf auch so die ganze Zeit Fisch sagen. Ja, dann tu uns doch. Boah. Gegen eine kleine Spende. Ja, dann mach dir deinen Petrain-Account. Ich will doch sowieso, dass du ein Faxgerät bekommst. Ich war auf dem Faxgerät, genau. Boah, Flieser. Wir wollen ja einen schicken. So, was wollt ihr jetzt hier von mir? Warum soll ich da die Shell durchschicken? Oder warum soll ich mich da durchschicken? Du machst jetzt hier genau das, was Zyni von dir in dem Wasserlevel in SPW3 immer verlangt hat. Und das geht nur, wenn ich eine Shell in der Hand habe, oder was? Ja, das ist generell ein Item. Ich find auch ein Klug. Ich find auch ein Klug. Das ist total der Ohrwurm, oder? Find ich auch. Ja, total. Kann man auch so toll mitsingen. Felix, ich weiß nicht wie... Ah, guck mal. Der ist voll einfach. Du bist wieder nach oben geschwommen, oder was ist passiert? Komm wieder, komm wieder, komm wieder. Felix, ich weiß jetzt übrigens wie man sich den Skateplayer einrichtet. Deswegen, da müssen wir... Also das kann ich beim nächsten Mal machen fürs nächste Mal. Da müssen wir die ganzen Sounds nur vorher runterladen. Ich weiß auch wie das geht. Ich hab's vergessen. Ihr braucht den Quatsch nicht auch noch anfangen. Der Skateplayer ist richtig super. Sonst machen wir die Frauen selber. Lässt du aber nur nachmachen, das ist billig. Nein, die Sounds sind voll super. Alles ist eine Nachmache. Videos machen ist auch eine Nachmache. Genauso wie Let's Plays, Conan. Aber nicht so extremst. Wieso? Die extremste Nachmache ist überhaupt zu leben, Conan. Ich wollte gerade sagen. Conan, ich habe das Level Adaptator gebaut. Das heißt, ich weiß, wie man sie anpasst. Und ich fand die Sache lustig. Mann, ich hatt's doch... Deswegen passe ich mich da jetzt an. Ich lasse das. Ich komme da nicht zurück, wo ich durch war. Felix, mach dir da mal keine Gedanken. Noch ist alles super. Okay. Auch nur, wenn ich ehrlich bin, ne? Oh Gott. Winze, die nur eine Person versteht sind nicht lustig. Das ist doof. Ihr müsst wissen, wenn ich ehrlich bin... Oh nein, Jan, das musst du jetzt nicht erklären. Das ist doch blöd. Schade, wie habe ich das denn gemacht gerade? Wenn Felix in einem gewissen Zustand ist, dann sagt er gerne, wenn ich ehrlich bin. Also wenn er gerade eine Blume... Ist das nicht eigentlich sogar ein Cornerclip? Ja, das ist der Cornerclip. Ja, natürlich ist das einer. Wenn Felix eine Blume gegessen hat, während er eine Röhre wollte und das dann quasi abgebrochen hat, dann sagt er gerne, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wenn ihr die Frame-Perfect-Version habt, dann würde ich gerne, äh, fick dich, du Nutte. Aber das passiert halt nur selten, weil das Frame-Perfect ist. Das ist schrecklich. Aber wenn er das sagt, dann wird er zu Liberty und das ist nicht gut. Ach, ja. Ich bin gleich, ganz gerne über die Kosten. Fick dich! Hallo! Ah, du Behindertor und so. Fum! Wow, wer hat denn da gerade da imitiert? Was? Hä, das war in dem Sample dabei, du Vollfoss. Oh, los. Ach, Mann. Geh da jetzt durch. Ja, toll. Ich hab den Cornerclip übrigens in meinem Test im Zwe... Äh, ohne es zu wollen im Zweiten Versuch geschafft. Ja, ich hatte ihn ja vorhin auch, blöderweise. Und dann hab ich... Foku! Findest du Cornerclips schlimmer als Walljumps? Äh, was? Oh, ich hab kein Wasser hier. Ich muss da drüber. Auf was für ein Wort willst du jetzt hinaus? Cornerclips schlimmer als Walljumps? Ja, aber was für ein Wort willst du hinaus? Du willst entweder auf Ja oder Nein hinaus. Ganz normale Frage. Ganz normale Frage. Hat nichts damit zu tun. Du weißt doch mittlerweile, dass das Wort Fisch ist. Und wenn er Cornerclips und Cornerclips regelt... Ach, ich dachte, ganz gut. Stimmt, Felix-Wort war Fisch. Wir haben beide. Wir haben alle Fisch. Wir sind einfach alle. Ach, du auch, Dani? Dani, Dani hat Tankstelle. Ja, Dani hat schon zwei Flaschen leer. Okay. Oh, ich hab mir noch ein Wasser holen und so. Oh, der fuck. Oh, ja, das wird lustig. Ihr macht einen Quatsch. Apfel, Kräuter, Fassbrause eignet sich übrigens nicht. Oh, Mann, ey. Die quälte ich auch noch freiwillig bei der Aufnahme. Das ist ja unglaublich. Ja, wir müssen doch irgendwie mit dir mitleiden. So langsam merke ich übrigens, wie mir das Zeug in den Kopf knallt. Ja. Scheiße. Was trinkt ihr eigentlich? Apfel-Sapfel. Ich trink... Trink' Wodka. Tomaten-Suppe. Hoffentlich nicht, Jan. Wodka pur. Oh, na, hoffentlich nicht. Das wäre auch so schrecklich. Ich hab schon... Ich hab schon zwei Flaschen leer. Mhm. Und ich bin ein bisschen besoffen, muss ich wissen. Ja! Oh! 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 Wo ist jetzt der dumme An-Off-Switch? Ja, ich weiß nicht, wo der An-Off-Switch sein könnte. Hier garantiert nicht. Das ist eigentlich nur Fake. Das wäre so schön. Oder wenn jetzt die Zement-Blöcke da unten irgendwie töten würden oder so. Das ist so ein lustiges Geh-Mick eigentlich. Und die Shape-Räger eigentlich gar nicht mitnehmen, ne? Nö, ja Quatsch. Achso, danach, daraus nicht mehr, ne. Aber ich verliess sie ja jetzt gleich. Ja, jetzt brauchst du sie nicht mehr. Du brauchst es nur, um den auch zu schützen und den Kurs am Ende zu machen. Jetzt kommt der Kollege hier, der kommt jetzt mit sich wieder nicht. Nein, ich komme nicht mehr durch. Ha! Ich bin so blöd. Ah, ich bin gut. Yes! Ich hab' den Geschichten gesetzt. Ich komme da nicht mehr durch. Fuck! Was ist von keinem Schönen? Schon lange. Schon lange. Schon lange. Schon lange. Oh, die arme Sonne ist, glaub ich, genervt. Ah, Mist. Okay. Ähm. Ich bin gut. Wir sind uns im letzten Part da unten. Ich mach' das jetzt auf-cam nochmal. Danke, bis zum Schauen. Nee, 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 das machst du nicht auf-cam.